Was geht ab, Freunde? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und ja, wie soll ich das Ganze sagen? Ich denke, ein paar werden es schon im Team gelesen haben. Ich weiß auch nicht, wie ich genau das Video genannt habe. Aber ich denke, das wird irgendwie was mit Informationen oder sonst was heißen. Und ja, ich werde euch heute ein paar Infos geben, wie es jetzt in Zukunft weitergeht mit dem Kanal. Und das habe ich gesagt, sehen wir uns jetzt gleich in der ersten Runde wieder. Und bis gleich. Okay, Freunde. Also das erste Thema, was ich ansprechen wollte, ist, dass ich wieder aktiver werden will. Und natürlich auch dementsprechend Video-Ideen brauche. Und ich habe letztens so ein bisschen meinen YouTube-Kanal mal ein bisschen durchgeguckt. Und mir ist halt aufgefallen, jo, ich habe halt noch ein paar Video-Formate von früher. Zum Beispiel mit allen Kids Skywars gewinnen. Oder zum Beispiel die Reihe, wo ich den Spielmodus auf Gommisch durchspielen wollte. Habe ich bis jetzt alles noch nicht weitergeführt. Und ich bin zu glück zum OP-Weben. Oh, oh, oh. Und tot. Sehr nice. GG. Und ich bin halt einfach am überlegen aktuell, ob ich einfach diese Videos noch weitermache. Also, beziehungsweise ob ich das jetzt noch fertig führen soll. Und das wäre halt einfach so wieder ein Ding, um wieder gut reinzustarten, so was YouTube angeht. Vor allem auch mit den Uploads, weil das ist halt, was heißt recht schnell produzierter Content. Aber das ist halt ein paar Röntchen Skywars gehen mit unterschiedlichen Kids. Die Modi könnten ein bisschen länger dauern, weil Modi sind halt abhängig von den Spielern, die drin sind. Wäre auf jeden Fall nice, wenn ihr das auch mal in die Kommentare schreiben könntet. Ob ihr das fühlen würdet, halt mit allen Kids Skywars zu gewinnen und die ganze Modi. Ob ich das weiterführen soll, wäre interessant zu wissen, ob ihr da auch Bock drauf hättet. Dann wäre das zweite Thema, beziehungsweise ich glaube, ich spreche das nach dem Fight an. Und er ist noch am Leben. Ich habe keine Schwämme. Sollte gut aussehen. Nice. Und GG. So, haben wir den ersten Gegner hier. Mal gucken, ob ich den bekomme. Könnte gut werden. Ja, habe ich. Okay, kommen wir direkt zum nächsten Thema, was ich noch ansprechen wollte. Und das Ganze ist tatsächlich der Premium Plus Rang. Und eigentlich wollte ich ein ganz anderes Video dazu machen. Nur das Problem ist, ich muss euch ehrlich sein, ich hatte schon angefangen mit dem Video. Ich wollte halt so ein Video machen, yo, ich habe kein Premium Plus mehr und so. Und wieso? Und das Witzige daran ist halt, dass, wie soll ich sagen, dass ich genau in dem Moment realisiert habe, dass ich wieder Premium Plus habe. Und dementsprechend habe ich das Video halt abgebrochen. Aber ja, jetzt seht ihr ja, ich habe wieder Premium Plus. Auch wieder ein ganzes Jahr lang. Heißt, daran wird es jetzt erstmal nicht mehr scheitern. Und das Video kommt vielleicht dann irgendwann anders mal, wenn ich keinen Premium Plus mehr habe. Aber ja, ich wollte halt in dem Video einfach nur sagen, yo, ich habe kein Premium Plus mehr. Und das Ganze hat halt einfach die Gründe gehabt. Beziehungsweise, also Premium Plus läuft ja stattgemäß nach einem Jahr aus. Ich denke, das weiß wahrscheinlich mittlerweile die Mehrheit auch. Manche wissen es nicht. Deswegen sage ich es jetzt daher auch einfach nochmal. Und das Ganze ist halt ausgelaufen. Und ich habe halt eigentlich gedacht, yo, weil Klaus, also Klaus ist der Admin, der die Ränge verteilt. Da auch nochmal big, big Kuss raus, geht raus, wirklich an Klaus. Dass er mir den Rang nochmal zur Verfügung gestellt hat. Weil Twitch in letzter Zeit so ein naja läuft. Also, wer Bock hat, kann gerne mal vorbeischauen. Link ist in der Bio. Ich gebe mein Bestes. Ich stream ab und zu mal daily. Manchmal ergibt sich das Ganze auch nicht so ganz mit Daily Streams. Ich gebe aber mein Bestes. Deswegen, wer Bock hat, gerne mal vorbeischauen. Spiele ich auch viel Skywars. Würde mich sehr, sehr freuen, falls ihr auf jeden Fall mal vorbeischaut. Und das Ganze basiert ja natürlich auf Zuschauerzahlen. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, ich bekomme den Rang tatsächlich nicht mehr. Aber ich glaube, Klaus hat da nochmal ein schönes Auge zugedrückt. Wegen den letzten zwei Jahren, auch süß. Weil ich hatte jetzt zwei Jahre lang schon Premium Plus. Und ich bin echt froh, dass ich dieses Privileg haben darf, diese Rang zu tragen. Und damit schönen Content produzieren zu können. Weil der Rang hat echt schöne Vorteile. Zum Beispiel wie alle Kids in ganzen Modi oder sonst was. Deswegen da auch nochmal danke, Klaus, falls du das Video sehen solltest. Und sonst hätte ich kurz gesagt, ich spiele kurz die Runde fertig. Und dann schauen wir mal, inwiefern ich dann mit dem neuen Ding anfange. Mit dem neuen Thema. Weil ich habe auch ein Thema, was vielleicht noch ganz interessant wäre. Für euch vor allem. Den haben wir schön antistormt. Ah, der lässt Wasser runter. Ei, 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 ei. Ich kriege kein Water Damage, das ist so witzig. Und ich bin tot. So, okay. Kommen wir, hätte ich gesagt, direkt zum letzten Thema. Und das Ganze sind die Upload-Zeiten. Und ich habe bis jetzt noch nicht so einen genauen Plan, wann ich immer hochladen werde. Aber ich hätte jetzt mal gesagt, entweder unter der Woche, so mittwochs. So Mitte der Woche. Oder eventuell Ende der Woche. Vielleicht Wochenende, je nachdem. Weil ich hätte gesagt, wir starten mal wieder erstmal so mit einem Video pro Woche. Das kommt immer ganz gut. Damit kann ich mich selber ganz gut auch beschäftigen. Das kriege ich hin. Wenn mir die Video-Idee nicht ausgehen, sollte das auf jeden Fall was werden. Oh nein, der ist fast tot. Ich will den haben. Deswegen, falls ihr irgendwelche Wünsche habt, Wann in der Woche mal ein Video kommen soll. Wo ihr sagt, okay, ihr habt Bock auf ein Video von mir. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, wie gesagt, schreibt es dann auf jeden Fall sehr, sehr gerne in die Kommentare. Wann ihr sagt, okay, yo, ich hätte Bock auf ein Video von dir. Dann werde ich mir das Ganze auf jeden Fall mal durchlesen. Werde es euch dann wahrscheinlich in einem anderen Video auch nochmal sagen. Inwiefern jetzt dann Uploads kommen oder nicht. Und ansonsten hätte ich gesagt, ja, haut rein. Wir hören uns zum nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Alles kostenlos. Und ihr supportet mich auf jeden Fall. Schaut gerne auf Twitch vorbei. Kommen ab und zu ein paar Daily Streams immer aktuell so abends um die Zeit rum. Also wer da Bock hat, ein bisschen mir beim Skywars-Spielen zuzugucken oder sonstiges. Oder vielleicht auch mal beim Mitspielen. Jetzt habe ich ja wieder Primo Plus. Mal gucken. Vielleicht kann man ja auch mal wieder ein paar mehr öffentliche Partys machen. Und dann stelle ich euch gesagt, haut rein. Wir hören uns im nächsten Video wieder. Und ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.